Du darfst da rein, wenn du willst. Wenn das Wasser nicht zu dreckig ist, darfst du da rein. Kannst du ruhig reingehen? Dann sollen wir das eben erneuern, das Wasser. Kannst du. Guck dir in der Höhle. Guck dir in der Höhle geguckt, ja? Und? Ist weitergewachsen? Oh, oh, ist wieder mein Zeh am Knabbern, Babossa. Du machst die Schuhe immer kaputt, jetzt weißt du das. Nacki ist hier. Ja. Nacki lädt ich mein Nasenspray, wenn du da hast. Du machst immer die Schuhe kaputt, jetzt weißt du hier, Babossa. Du machst sie immer kaputt, juhu. So, hast du deinen Földer hier? Dass du ruhig zu Ende ist, ne? Au. Keine Hauer machen, keine. Keine Hauer machen. 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 Oh, ich krieg Besuch hier, ey. Kleine Bergsteiger da. Ich krieg auch Besuch. Babossa, ne? Ja. Wah. Bambossa. Uh. 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 Kan aufweg lau des Schuhe immer machen. Uh. Kan aufweg lau des Schuhe immer noch. Uh. 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 Hallo! Hast du Kuckuck gemacht in dem Loch? Hast du in dem Loch gerufen? Au, au, au! Nicht so mein Zeh beißen, sag mal. Keine Aua machen, Kuckuck, Lucky. Hast du in ein Loch gerufen? Ich rede mit dir, hallo? Ach so, ich war jetzt gerade hier mit denen. Hast du gerade in ein Loch, Babochen? Alles gut, Babochen. Alles gut, Stella. Alles gut. Doch, nicht angreifen. Guck mal, ich habe noch ein zweites Bein. Du kannst auf mein zweites Bein sitzen. Guck mal. Äh, Lucky. Guck mal, die Pluro ist auch interessant. Und gut, der hat hier viele interessante Sachen. Wahrscheinlich sind das alles Sachen, die der bei seinen letzten Besitzern alles nicht hatte, ne? Also, ich weiß nicht. Also, wie haben die sich wirklich nicht mit denen da beschäftigt? Nein, die haben sie überhaupt nicht beschäftigt. Oh, wie sieht das denn jetzt hier von der Nummer? Die beiden. Hella und Babochen zusammen irgendwie. Ja. Ach, und schon wieder auf.